Svarga Dvidasana ist der Paradiesvogel. Eine fortgeschrittene Yoga-Übung, die zu den Gleichgewichtsübungen und Vorwärtsbeugen gehört. Von dem Stehen ausgehend hebe ein Bein hoch und strecke es aus und winde den gleichseitigen Oberarm unter dem Oberschenkel hindurch. Falte dann die Hände hinter dem Rücken. Es gibt zwei Variationen von Svarga Dvidasana. Die eine ist das Bein nach oben ausstrecken, das zweite wäre das Bein zur Seite ausstrecken. Beide sind fortgeschrittene Asanas, die es wert sind, immer wieder geübt zu werden. Sie kultivieren Gleichgewicht und vorwärtsbeugende Flexibilität.